ja hallo und herzlich willkommen hier auf meinem kanal ich bin jetzt locker 93 0 2 und ich zeige hier eigentlich nur let's plays und da habe ich unter anderem gtr fünf fiel ich am handy erst mal noch schnell bei twitter posten raubüberfall gestartet gerade nicht anrufen oh gott die fangen in die falsche richtung war er ist mir auch gerade so gedacht so ein chaos hier hier ist das chaos ich bin doch schon da oben kommt er was macht er denn hier der idiot wie der bull aus dem auto geflogen ist was machen die denn hier die voll idioten oh gott oh gott ich fliege aber netter war so schwer mich versichert wegzudrängen so let's go ich mache euch alle büren ich mache euch alle büren es wird wurde kars ich spiel übrigens mit dem y force gt ich glaube gt heißt es nenkrad ich weiß nicht du nenkrad hast ja ich habe einen und zwar das logitech g27 alle haben das logitech g27 ja du bist halt der außenseite ein arschloch ein arschloch oder ey was soll denn das und fifa 16 das war ja wieder klar helft doch wie lange brauchst du denn das war ja das war jetzt so kleiner einblick was hier auf meinem kanal so abgeht wenn es sich gefallen dann können wir uns nicht in den abzeit stellen würdest geht doch ja das war jetzt so kleiner einblick was hier auf meinem kanal so abgeht wenn es sich gefallen dann können wir uns einfach mal kostenlos abonnieren dann verpasst ihr kein video mehr darüber würde ich mich sehr freuen